Jetzt wird ein Mann zu uns sprechen, dessen Kernaussage oder Sinn ist, mehr Ethik in die Politik, sagt er, Frieden und gerechter Ausgleich für alle Menschen und Völker. Ein Mann, der sagt, Politik geht anders. Wer ist das? Es ist ein Mann, den wahrscheinlich die meisten hier drin kennen, vorausgesetzt ihr schaut fern. Könnte auch wieder teils schief gehen, hat viele ohne Fernseher hier. Wer irgends seit 1985 ARD Fernsehen geschaut hat, hat immer wieder einen Sonderkorrespondenten dort gesehen, Nachrichtenmoderator. Er hat insgesamt 2500 Live-Sendungen moderiert, war Chef vom Dienst dort bei ARD Fernsehen. Es ist Christoph Hörstl. Herzlich willkommen. Bevor er aber hochkommt, sage ich noch ein paar Dinge zu seiner Person. Freilich gäbe es jetzt eine solche Liste über ihn zu sagen. Der Mann hat so viel schon erlebt, so viel durchlaufen. Aber einige Stationen wollen wir uns vergegenwärtigen. Das auch wieder einmal mehr, ein bisschen zum Trotz, wenn die Medien sagen, wir haben hier keine kompetenten Leute. Ihr habt heute schon einiges an Kompetenz erlebt, aber hier geht es wirklich weiter. Christoph Hörstl wird über den arabischen Frühling sprechen heute, und zwar so live, wie wir es noch nie an einer AZK erlebt haben. Das gleicht dann schon eher ARD-Live-Dokumentation. Er hat heute, während hier die Referate liefen, sich ganz brandaktuell, ich glaube mit dem Iran beschäftigt, stimmt das? Er wird davon berichten, hat bis in die letzte Minute recherchiert, um wirklich das brandneueste zu bringen, was man sich nur vorstellen kann, brandaktuell an diesem heutigen Tag. Aber noch einiges zu seiner Person, damit wir ein bisschen kennenlernen. Er ist Experte für Zentral- und Südasien, Nah- und Mittelost-Sicherheitsfragen. Christoph Hörstl ist Regierungs- und Unternehmersberater, Publizist ebenso. 1956 in Bremen, geboren, verheiratet, vier Kinder. Nach seinem Wehrdienst und Ausbildung auf der Deutschen Bank und Studium in München, hat er Sinologie und Romanistik in Französisch, Spanisch studiert. Also Sinologie ist die Wissenschaft von der chinesischen Sprache und Literatur, man stelle sich mal sowas vor. Und Romanistik ist dasselbe dann auf Französisch und Spanisch dort. Komplizierte Dinge, also wirklich dick mit drin hier. Ab 1999 wechselte er zu Siemens damals, mobile Division, als Leiter der Bereichskommunikation. Ab 2001 Gründung der Regierungs- und Unternehmungsberatung Hörstl Networks in München, seit 2010 auch in Potsdam. 2002 hat er das Masterdiplom für Marketingstrategie an der Universität Basel, also hier in der Schweiz, gemacht. Er ist, wie gesagt, Experte für die islamische Bewegung, für Sicherheitsfragen und seit 1985 in Afghanistan und Pakistan unterwegs, wo er auch als Regierungsberater tätig war. Weitere Einsätze absolvierte Christoph Hörstl in der USA, United Kingdom, in Indien, Irak und Iran. 2006 bis 2007 coachte er ausgewählte Führungskräfte der deutschen ISAF-Truppe im Fach Landeskunde Afghanistan. Im Wintersemester 2006-07 lehrte er am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg zum Thema Terrormediation am Beispiel Afghanistans. Ich darf Sie mal hochbitten, 2013 rief Hörstl eine Bürgerbewegung der politischen Mitte aus, das ist die deutsche Mitte, und die Gründung als Partei, politische Partei, ist am 3. Oktober 2013 erfolgt. Also knapp zwei Monate, wir gratulieren für all diese Leistungen, ich bin sicher, hier haben wir ein Netz voller Löcher. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag, er wird vor Kompetenz strotzen, da bin ich davon überzeugt. Bücher hat er geschrieben, genug, ich zähle die hier nicht auf, aber beim Büchertisch hat er einiges mitgenommen, was hochinteressant ist zu lesen. Viel Erfolg. Ivo Sasek, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein kann. In den ersten, also sagen wir so, in den letzten Tagen vor diesem Termin ist mir plötzlich klar geworden, dass der Anmarschweg, den ich nach Afghanistan hatte als Student, als ich 28 war, 1985, ein bisschen auch mit Ihrem Engagement zu tun hat, denn das geschah aus dem Gebet. Ich wusste jahrelang nicht, wofür ich eigentlich nun genau auf der Welt bin. Und eines Morgens wachte ich auf und wusste das, ich sollte mich da einsetzen, wo es besonders ekelhaft zugeht. Und das habe ich dann gemacht. Und das war Afghanistan. Und jetzt bin ich hier und stelle fest, eine hochangenehme Versammlung, sehr nette Leute. Warum? Hier glauben so ein oder zwei an Gott. Ist ja einfach toll. Und wo zwei Menschen beisammen sind, in meinem Namen steht ja in der Bibel, da will ich mitten unter Ihnen sein. Aber was macht der liebe Gott, wenn da 2000 in seinem Namen zusammen sind? Ich meine, ist dann mitten unter Ihnen da oder da? Kommt der jetzt in Schleudern? Naja gut. Also auf jeden Fall, es macht Spaß, es ist schön, ich bedanke mich, dass ich hier sein kann und jetzt geht's los. Ich habe meinen Vortrag auf laufender, wie soll man sagen, Sitzung da hinten umbenannt. Und ich will nämlich gar nicht mehr vom arabischen Frühling sprechen und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ekelhaft ich diese Vokabel finde. Denn es dreht sich in Wahrheit um eine von außen inszenierte und beschleunigte und durchgedrückte Umsturzwelle in Arabien. Und anderthalb Mal dürfen wir raten, wer da mitgedrückt hat. Natürlich ist es in diesen Ländern nicht toll. Aber wir werden nachher dazu kommen, dass wir sagen, es ist seitdem noch schlechter geworden. Die Einführung kann ich mir jetzt ja schenken, dank Ivo Sasek. Ich sage nur noch ein Wort dazu. Mein Palästina-Buch wird vermutlich 2015 erscheinen. Das musste ja auch unbedingt noch in dieser Woche geklärt werden. Und jetzt habe ich mich dazu mal breitschlagen lassen, weil ich glaube, dass sich gerade im Nahen Osten so einiges klärt. Und dann kann man das ja machen. Der nette Herr, neben dem ich da gesessen habe, 2003 im Irak. Ein sehr netter Mann, ein Kurde. Im Prinzip sollten wir hier einmal einen Blick werfen auf das, was jetzt gleich kommt. Nämlich zunächst mal gucken wir auf die Einflussfaktoren bei dieser Umsturzwelle. Nämlich Geostrategie, auf die Energierohrstoffversorgung, auf das Geld- und Finanzsystem und dessen Krise. Da wurde ja auch schon einiges drüber gesagt, auch hier. Und die Dollar- und Euro-Schieflage. Schließlich gibt es eine Übersicht über eine Reihe von Ländern, genau 13, in denen tatsächlich Umsturzwellen oder Massenproteste, Unruhen stattgefunden haben oder noch stattfinden. Und schließlich schauen wir am Ende auf die Auswertung und die Aussichten. Und damit geht es jetzt tatsächlich los. Wir gucken auf eine schöne Karte. Die Karte kommt natürlich nicht, wie soll man sagen, von AZK oder Hintergrund.de oder so netten Leuten. Sondern die kommt vom Economist. Und also sieht man da so nur als kleiner Scherz am Rande, was da so alles passiert. Da sieht man hier so eine braune 2. Die steht für Bachrhein. Und was da passiert sein soll, ist Uprising Crushed. Also jedenfalls in diesem Erklärkasten oben links heißt es Uprising Crushed. Und das heißt, der Aufstand wurde niedergeschlagen. Halleluja. Dieser Aufstand läuft, liebe Freunde. 25 verschiedene Protestaktionen gibt es in Bachrhein jeden Tag. Und da muss man sich so als ARD und ZDF und andere Rundfunksender auch in der Schweiz richtig anstrengen, um jeden Tag 25 Mal nicht dabei zu sein. Und das gelingt. Das gelingt denen. Die können das. Die müssen unheimlich gut sein. Und wir gucken, was denn geostrategisch die USA so dazu gebracht hat, hier richtig Mannschaftsstärke aufzufahren. Ich sage nachher noch etwas zu den Zahlen und den Daten. Dieses Arabien, diese Länder, die hier beaufschlagt sind, liegen nahe Europa, auf dem afrikanischen Kontinent, wenn man so will. Und bieten hinten im Iran sozusagen, wenn mir das der Iran verzeihen mag, mit hinten, kann ja auch vorne sein, die Brücke nach Asien. Und schließlich gibt es da ganz erhebliche Handels- und Versorgungswege. Ich mache das mal hier nur an der linken Seite. Von mir aus, von Ihnen aus. Hier Öl, hier die ganze Schifffahrt, das Mittelmeer wird hier versorgt. Über den Suezkanal, durch Ägypten durch. Das sind schon ganz wichtige Routen, die hier beaufschlagt werden, wenn da irgendwas nicht so läuft, wie die Amerikaner das gern hätten. Und bei den Energierohstoffversorgungen, das haben viele übersehen in der NATO, in den Bevölkerungen und sind sich dessen gar nicht bewusst. Das steht in unseren Verteidigungsweisbüchern. Dass wir unsere Soldaten einsetzen dürfen und sollen, um unsere Versorgung zu sichern, wie das heißt. Als ob da am Wegesrand irgendwelche bösen Leute warteten, einen Öltanker zu kapern. Dem ist nicht so. Das passiert nicht mal aus Somalia so. Sondern die meinen, die schreiben das so, die meinen ganz was anderes. Das heißt, wir schlagen jedem Volk auf den Kopf, das nicht so macht, wie wir will, wenn wir da Öl kaufen wollen. Ich kann das auch ins Deutsche übersetzen, weil wir ja hier ganz zur Sache reden wollen. Sie gehen morgens zum Bäcker und sagen, lieber Freund, ich habe zwar zur Kenntnis genommen, dass ich für das Brötchen 30 Rappen bezahlen soll. Aber ehrlich gesagt, ich fand fünf Rappen viel hübscher. Oder bist du anderer Meinung? Das ist auch eine Art, sich Öl zu kaufen. Klar, keine Frage. Und jetzt gucken wir uns das Weltgeld- und Finanzsystem an. Das funktioniert ganz ähnlich. Diebstahl als Prinzip. Wir haben ein Zinssystem mit eingebauter Finanzierungskrise, Inflationsbeschleuniger und Währungsreform. Wir haben ein Fiat-Money-System, ein Geldschöpfungsprinzip, das in privaten Händen ist, nämlich in Privatbanken. Die geben Ihnen einen Kredit für Ihren Polo. Ich will dafür niemanden Werbung machen. Und dann schreiben die sich das dann in die Bücher. Ich habe dem so und so viel geliehen. Damit ist das Geld in der Welt. Das ist toll, ne? Wenn Sie das könnten, wären Sie auch nicht mehr hier. Also mit einer eingebauten Selbstbereicherung der Finanzmafia. Und diese Finanzmafia, die sorgt für eine ständige Wohlstandsumverteilung. Und das Netteste, was ich in den letzten Monaten gelernt habe, war, dass man nicht mehr sagt, von unten nach oben, sondern von fleißig nach reich. Das finde ich viel zu treffender. Diese Finanzmafia, haben wir gesagt, hat Diebstahl als Prinzip. Und jetzt ist ja die schöne Frage, wie machen die Jungs denn das? Das muss ja unheimlich schlau sein, nicht? Und es ist eigentlich in Wahrheit ziemlich dumm. Denn sie haben abhängige Ratingagenturen, an denen sie finanziell beteiligt sind. Die haben ihr eigenes Bewertungsbüro. Stellen Sie sich mal vor, Sie sagen, also als Schüler, Ihrem Lehrer, weißt du was, Junge, ob du mir da eine 5 hinschreibst oder so. Das ist mir das sowas von Jacke, ja? Ich habe mein eigenes Bewertungsbüro, die schreiben eine 1. Ist das nicht komisch? Also, Derivate und Termingeschäfte beschleunigen dabei eine Blasenbildung, Geschäftsausrichtung am potentesten Kunden und natürlich an virtuellen Geschäftsfeldern. Wir kümmern uns auch um Gottes Willen, nicht um irgendeinen soliden Tischlerbetrieb, der gern eine neue Holzbearbeitungsmaschine finanziert hätte. Das nervt, Freunde. Viel mehr kann man doch verdienen, wenn man mit soliden Derivaten handelt. Oder so ähnlich stellen wir das unseren dummen Kunden dar als Bank. Dann haben wir die Großkorruption an Börsen und in allen Institutionen. Und ich lache mich beinahe tot, aber nur beinahe, wenn ich höre, dass die Stock Exchange Commission in New York, SEC, dass das so ein scharfer Verein sein soll und dass die irgendwem tolle Strafen aufbrummen. Das sieht für uns viel aus. Für die sind das Bustenbonbons. Wir gucken auf die Eurozone. Auch hier gilt wieder Diebstahl als Prinzip. Europa, um es ganz klar zu sagen, da gibt es auch einen schönen Beitrag drüber in der Neuen Rheinischen Zeitung, da kann man googeln, war ja zum Zeitpunkt der Euro-Einführung prinzipiell unfähig für eine Währungsunion. Wer macht denn dann eine Währungsunion, wenn Schulkinder ihm sagen können, das kann doch gar nicht klappen? Ihr habt doch gerade ein paar Jahre vor der Euro-Einführung die Schwankungsbandbreiten vervielfacht, weil ihr nämlich gar nicht in den Bandbreiten bleiben konntet, wegen der total verschiedenen und inkompatiblen Volkswirtschaften. Ja, wer macht sowas? Da kann ich nur sagen, Leute mit einem kriminellen Hintergrund und mit kriminellen Absichten. Der Wechselkursmechanismus 2 als letzter solider Zustand, sagt mein lieber Professor Hankel immer, das sehe ich wohl ein, aber das ist ja sozusagen dieser letzte solide Zustand, ist sozusagen der Zustand vor der Angst. Da hätte ich gern auch nochmal einen Meter weg davon. Euro als Zinstransferinstrument, das ist ja das, worüber Merkel lange laut nachgedacht hat, bis sie es dann doch gemacht hat, aber auf dem Schleichweg. Und schließlich haben wir ja den Euro auch als Schuldentransferinstrument, was zu diesem berühmten T2-Sektor zum Beispiel geführt hat, das ist das Zentralbanken, das Interzentralbankengeld, wo wir jetzt glaube ich mit 600 Milliarden als Deutschland so im Obligo stehen. Also wenn Deutschland sich jetzt ein Polo kaufen wollte, würde die Bank Deutschland rausschmeißen. Aber wir kaufen uns ja einen Euro, das geht. Und das ist ein Versailles-Land worden für Deutschland, dieses Schuldentransferinstrument, weil man da ganz ohne das Truppenmarschieren das Land platt machen kann, finanziell. Und so ist mir aufgegangen, dass der Euro eigentlich nichts anderes ist, als ein super Verdienstmodell der Finanzmafia für einen historischen Großbetrug auf dem Finanzsektor. Und wer irgendwie glaubt, die Amis wären besser, hat sich natürlich geschnitten. Wir gucken uns einfach nur mal diese flotte Kurve an, das sind so die letzten Jahre, da rechts, ohne dass ich da mit dem Laserpointer drauf zielen muss, was mir auch immer schlecht gelingt heute, sieht man, dass es da ganz schön bergab geht. Und die Tatsache ist, die USA müssen, um ihre Hosenknopfwehren irgendwie noch an den Märkten zu halten, jeden Tag 6 Milliarden Dollar neues Geschäft machen. Und wenn sie so unter Druck kommen, das können Sie in jedem billigen Hollywood-Schinken aus dem Mafia-Genre nachsehen, wenn sie so unter Druck kommen finanziell, dann sind sie auch bereit, kriminelle Klimmzüge zu machen. So ein krimineller Klimmzug ist zum Beispiel, wenn man einfach sagt, ich schmeiß die Regierung im Irak um, weil der Saddam, der will das Öl nicht so billig verkaufen, wie ich es kaufen will, und dann fliegt er raus und wir machen das, weil wir das können. So funktioniert das, das ist eine Kanonenboot-Finanzpolitik. Das ist das, was die USA machen, darin sind sie richtig gut, und der Welt bekommt das relativ schlecht. Im letzten Jahr allerdings, und das hat die Sache sehr unangenehm beeinflusst, musste Obama, den man hier mit stinksaurem Gesicht sehen kann, der musste Rückschläge hinnehmen. Warum? Es ist nicht zum Lachen, Japan hat plötzlich beschlossen, dass man den Handel mit China zum Teil in Yuan abwickeln wollte. Als Gaddafi so ähnliche Gedanken hatte, musste er weg, und er kam weg. Aber man kann ja nun schlecht Tokio bombardieren oder sowas. Und man kann ja auch schlecht sagen, der Herr Abel sei irgendwie ein Terrorist oder so. Also, man hat sich das gefallen lassen müssen, und dann kam zu allem Überfluss, auch noch am 20. November, jetzt genau vor einem Jahr, kamen 15 Staaten zusammen, die dann beschlossen haben, zusammen mit China, ganz ohne die USA, eine Wirtschaftssonderzone zu bilden, während Herr Obama, der da mit dem sauren Gesicht da in der Mitte, während der gesagt hatte, wir nehmen elf Staaten und machen so eine Sonderzone ohne China, und zog den Kürzeren. Und darüber war er richtig ärgerlich, und dann hat noch Südkorea nach gedoppelt und hat am 4. Dezember beschlossen, ebenfalls den Handel teilweise in Yuan abzuwickeln. Und da hatten natürlich die Amerikaner so für das glückliche Jahr 2012 ein bisschen die Nase voll. Und wohin das dann führt, das sieht man hier auf dem Foto, das kommt jetzt aus Afghanistan, das ist eine Flucht nach vorn in den Krieg. Und ich kann nur jedem anraten, was da rechts eingeblendet ist, das Titelblatt von dieser sogenannten Joint Vision 2020. Das ist sozusagen das Pamphlet für die permanente Kriegführung der USA. Und da wird auch genau gesagt, was sie machen. Und da steht dann eben drin, dass es ein orchestrierter Einsatz sei, aller Institutionen, Organisationen, NGOs, NGOs machen da mit, toll, und aller Medien. Global. Wir sind immer im Krieg, heißt es, jederzeit, auch wenn die Truppen gerade nicht agieren, oder die meisten jedenfalls nicht, auch wenn nicht geschossen wird, sind wir im Krieg. Und wenn man das nicht versteht, dann versteht man auch nicht, warum unsere Medien so sagenhaft vor sich hin lügen. Dass, wie soll man sagen, im Krieg der Sieg nicht mehr unbedingt nötig ist, dass auch Chaos ausreicht. Das ist eine neue Lehre. Das haben wir in Afghanistan bitter gelernt. Das Krieg im Geschäft ist, ist uralt. Keine Frage. Und Krieg als Dauerzustand lernen wir, jetzt, und Krieg in allen Rechts- und Eskalierungsstufen. Das gehört natürlich dringend dazu, dass man das immer so schön skalieren kann, wie so der Lautsprecher beim Popsong. Und dazu gehört das Staatszersetzungsmanagement. Dass man in ganz genau festgelegten, überlegten Schritten klarstellt, jetzt passiert diesem Staat dieses. Jetzt zum Beispiel haben wir beschlossen, dass wir unsere Freunde von Al-Qaida, gegen die wir früher mal offiziell gekämpft haben, nach Syrien schicken. Und das haut hin. Und Terrormanagement ist, wenn 200 Deutsche sich daran beteiligen und der Bundesinnenminister sich offiziell furchtbar darüber aufregt und sich heimlich die Hände reibt und schon die neuesten Entdemokratisierungsanstrengungen festgeschrieben hat. Ganz tolle Sachen, was der Bundesverfassungsschutz jetzt alles darf und muss sich auch gar nicht mehr mit den Landesverfassungsschutzämtern abstimmen. Dann gucken wir auf die Strategie. Diese freundliche Gurkentruppe ist das amerikanische Kabinett im Weißen Haus. Rechts auf der Hälfte sitzt Obama. Man sieht ihn, davor drückt sich nach vorne Lee and Panetta. Und die haben sich gesagt, was machen wir? Wir haben ja seit 20 Jahren, ich habe das mitbekommen als Beirat der Deutschen Arabischen Gesellschaft, die haben ja seit 20 Jahren dieses verdammte Problem, dass diese ganzen arabischen Führer, die wir alle so schön in der Tasche haben, immer älter werden. Ja was, wenn die jetzt plötzlich sterben? Dann haben wir plötzlich den Einfluss nicht mehr. Also, da müssen wir was machen. Nachfolgeregelung. Und natürlich geht es immer darum, dass der US-Einfluss, gerade in so schwierigen Zeiten, wenn so wichtige Freunde wie Korea und Japan plötzlich im Yuan arbeiten wollen, dass wir da Nachfolgeregelungen haben auf ganz andere Weise, nämlich auf finanzielle Weise und da muss was passieren. Und dann passiert sie eben, diese fantastische Umsturzwelle und deswegen spreche ich nicht mehr von einem arabischen Frühling, sondern von einem CIA-Frühling. Und ganz besonders wichtig finde ich, dass alle Lebensstandards in den betroffenen Ländern schlechter geworden sind. Kein Volk ist seit 2011 besser dran als vorher. Und wie das kam, das sieht man hier in einer ganz einfachen Ausstellung. 2008 hat Condoleezza Rice, nicht die begnadete Pianistin und Außenministerin von George W. Bush, gedroht, sie wollte die Demokratisierung nach Nahost bringen. Wer das nicht ernst genommen hat, lag falsch. Ab 2009, so habe ich mir von verschiedenen geheimdienstnahen Menschen sagen lassen, wuchs also die CIA-Population in der Region stark an. Und ab 2010 begann die Aufstellung von Söldnertruppen. Das ist dieses nette Volk, das uns als syrische Aufständische verkauft wird zum Beispiel. Oder das auch in Libyen plötzlich als erzürnte Libyer uns nachgesagt wurde. Schließlich aber passierte etwas, was ganz unangenehm war. Es gibt nämlich einen Augenzeugen, einen netten Menschen, ich sage jetzt nicht, wo er lebt, aber ich habe mehrfach und stundenlang mit ihm gesprochen und er hat beobachtet und war sogar auf der Luftwaffenbasis, weil er so ein komischer Freak ist und man kennt ihn da und man hat ihn einfach reingelassen, obwohl er kein Soldat ist, keinen legalen Zutritt hat. Bei Grosseto in der Toskana, da trainiert ein dänischer Bomber, die hat er da noch nie gesehen. Und dann hat er die Leute mal gefragt, was machen denn hier die Dänen? Ich bin jetzt seit 17 Jahren oder so, da habe ich hier meine Ferienwohnung in Grosseto und ich sehe zum ersten Mal Dänen. Was treiben die hier? Nun hat man ihm gesagt, die trainieren für Libyen und das war im Januar. In Libyen war sozusagen tote Hose und da hat er gesagt, ihr habt einen Knall. Das kann gar nicht sein. In Libyen ist nichts los, weswegen Dänen hier trainieren müssten. Als sie dann aber nach Sizilien verlegt wurden und Luftangriffe auf Libyen flogen, da wusste er, er hatte was Wichtiges mitbekommen und weil er ein bisschen Angst hatte, hat er dann einen anonymen Leserbrief an die FAZ geschrieben und dadurch konnte ich ihn schließlich ausfindig machen. Das war nett, dass das gelang, konnte das verifizieren, mit dem russischen Fernsehen wollte er leider nicht sprechen, aber die Story ist einfach in der Welt, die ganze Sache war geplant. Ganz einfach, das müssen wir uns merken, das ist eben kein Frühling für die Menschen, das ist ein Frühling für die CIA. Das ist die größte CIA-Operation wahrscheinlich in der amerikanischen Geschichte. Wir gucken in die Übersicht. Jetzt ist es schon ganz wichtig, wir haben das vorhin gesehen, wie man so diese Länder aufteilt und wie man das so bewertet. Also was in Syrien passiert, ist zum Beispiel laut dieser Legende ein Revolutionary War. Gut, ich finde das toll, wenn Journalisten Fantasie haben, aber muss man das immer drücken? Also, dann hat, wie soll man sagen, Wikipedia, diese seltsame Anstalt, die sehr häufig Regierungsmeinungen von sich gibt, die hat dann da auch so eine Einteilung vorgenommen, die habe ich hier mal aufgeschrieben und habe die auch ein bisschen abgewandelt und da gehen wir jetzt ratzfatz durch. Wir gucken uns zuerst Bachrhein an. Das ist diese kleine, nette Insel im Persischen Golf. Nicht nur, weil ich gerade zu dem Thema auch viele Interviews gegeben habe, sondern, weil es ein Punkt war, weswegen sehr fähige Köpfe, eine ziemlich starke Anzahl davon, plötzlich ihren Job bei Al Jazeera hingeschmissen haben. Al Jazeera kann man sich leicht merken, das ist der Sender mit der größten CIA-Dichte weltweit. Der US-Flottenstützpunkt für die fünfte Flotte ist das, im Persischen Golf, es gibt einen britischen Luftwaffenstützpunkt und es gibt eine mehrheitlich schiitische Bevölkerung und da hat man Angst, jetzt kommt es, sie könnten ja den Iran unterstützen. Damit wir das gut verstehen, das ist ein Verbrechen, das kann man nicht dulden. Sie könnten den Iran unterstützen. Sie könnten sich überlegen, sie würden den Brotpreis bei ihrem Bäcker möglicherweise mit der Pistole senken. Sie könnten sich das überlegen. Jedenfalls haben wir, ich will nicht so unernst sein, das ist ein tödliches Spiel, das da abläuft, aber manchmal kann man sich da nicht so richtig daraus retten, weil das so ekelhaft ist. Die haben eine unbewaffnete Demokratiebewegung seit 70 Jahren. Die Frauen machen da mit. An vorderster Front, da gibt es beeindruckende Fotos, auch wenn Schüsse fallen, auch wenn scharf auf Menschen mit giftigen Tränengasgranaten geschossen wird, die eigentlich keine Tränengasgranaten sind, das Tränen kann man weglassen, die fließen sowieso, das sind Gasgranaten. Und die sind auch sonst so politisch und sozial aktiv, sind emanzipiert. Eigentlich müsste die ganze weibliche Bevölkerung im Westen aufstehen und sagen, wow, Bahrain, das ist das Modell für die Zukunft, im Leben nicht. Die protestieren gegen die falschen Leute, also kennen wir die gar nicht. Und die Bahrain, die sind Araber und keine Perser, aber das hindert die Amerikaner trotzdem nicht, sie zu verdächtigen, das wären also alles Iranfreunde. Und dass sie die Unabhängigkeit lieben, das hat auch kein Amerikaner je ernst genommen. Und Wortfolter, Diskriminierung der Schiiten, Unfreiheit, das ist das, was da jeden Tag passiert. Und schließlich, das muss man sich auch mal auf den Landkarten angucken, ein riesen Landdiebstahl durch die königliche Familie. Das finde ich also wirklich beeindruckend, wie man als Königsfamilie hingehen kann und kann sich Länder aneignen und die Bevölkerung in engsten Behausungen und, wie soll man sagen, Ansammlungen, Städten, Dörfern zusammendrücken. Sagenhaft. Dann schauen wir weiter. Mauritanien, Libanon, Sudan, die haben was Gemeinsames, sind alles vier Länder, die die Hamas unterstützen. Damit wir uns gut verstehen, das tut man nicht. Das sind arme Palästinenser, die von Israel unterdrückt werden und die können wir nicht unterstützen. Das muss man einfach verstehen. Mauritanien, 35 Millionen Einwohner, relativ unwichtig. Es gibt einen West-Sahara-Konflikt in der Nähe und der könnte als Stutzpunkt für Einflussmaßnahmen der Amerikaner hergenommen werden. Das ist also nicht so das interessante Land. Dann haben wir klar auch, sagen wir mal, das Unruhe schüren in solchen unwichtigen Ländern einfach nur deshalb, weil man dadurch die Regierung so ein bisschen unter Druck halten kann. Und man hat ja amerikanischer Seite das Gefühl, Regierungen, die wir nicht unter Druck halten können, die könnten ja auf falsche Gedanken kommen. Das ist im Grunde genommen ein koloniales Benehmen. Das muss uns klar sein. Libanon, wichtiges operatives Ziel. Besonders interessant, Hezbollah mögen wir nicht, hat was gegen die israelische Unterdrückung der Palästinenser. Schließlich auch ungute Verbindungen zu Süden und Iran. Solche Völkerfreundschaften werden nur unterstützt, wenn sie uns nützen, der NATO. Also Hezbollah isolieren, innere Uneinigkeit fördern und natürlich diese hässlichen Verbindungen möglichst stören oder kappen. Im Sudan hat man die rohstoffreichen Landesteile im Südsudan aus verschiedenen Gründen bereits abtrennen können. Das heißt, den Restsudan sozusagen im Norden, den ärgert man nur aus Gewohnheit oder um ihn davon abzuhalten, sich vielleicht seine Landesteile doch noch wiederzuholen. Solche Gründe sind das. Und Algerien, das gilt immer noch als französisches Einflussgebiet. Aber auch darauf wird amerikanischerseits gar nicht mehr so richtig Rücksicht genommen, denn wir haben ja gemerkt, dass Al-Qaida von Mali aus auch algerische Unternehmen und Einrichtungen bedroht. Und die innere Unruhe soll natürlich, wenn irgendwie möglich, dem US-Einfluss zugutekommen, weil nämlich alle sagen, oh Gott, wer kann uns denn retten vor der bösen Al-Qaida? Der Beelzebub natürlich, der treibt den Teufel aus. Dann gucken wir nach Jordanien und Marokko. Diesen beide gemeinsam US-NATO bootmäßig, sind schwach, gehörten zum CIA-Folternetzwerk und damit wir noch mal gucken, wer da alles dazugehörte, abgesehen von so Ländern wie Deutschland oder Belgien oder Dänemark und Irland und ich weiß gar nicht, wer da nicht dabei war, die ja die Flüge in diese Folterzentren organisiert und abgewickelt haben. Also Ägypten, Libyen, Syrien, Malawi und Afghanistan, Pakistan und natürlich ist da kein Regime-Change geplant. Warum? Ja, läuft doch alles im Sinne Washingtons. Jordanien ist eine wichtige Aufmarschbasis gegen Syrien. Wir erinnern uns an die trainierten Sondereinheiten, die dann, wenn sie in Syrien siegreich sind, auch proamerikanische Politik machen sollen, was man ja von den Al-Qaida-Truppen nicht behaupten kann, die zurzeit noch in Syrien sind. Dann gibt es eine Teilunterdrückung der ansässigen Palästinenser, so ganz freundlich ist man mit denen nicht und schließlich muss man auch klar sagen, dass die Unterstützung für Saddam ein Ausrutscher Jordaniens war und sich seitdem nicht wiederholt hat und also gehören die zu den Guten. Bei Marokko gibt es keine US-Hilfe im Fall der Westsahara. Die Marokkaner haben gerade eine hochrangige Delegation in die USA geschickt, das hilft ihnen aber nicht. 30 Prozent sind Arbeitslosigkeit, Armut und eine geringere Wichtigkeit, da kann man leider nichts machen. Dann Jemen, Oman und Djibouti sind kleine machtlose Länder in strategischer Lage, nämlich an dem Persischen Golf und auf dem Weg zum Suezkanal. Da sollte man schon was machen, wobei Oman und Djibouti einfach nur stärkeren Druck abbekommen haben, aber nicht so furchtbar hergenommen wurden und werden wie der Jemen, also in Oman und Djibouti keine wesentlichen Änderungen, aber Jemen ist ein furchtbares, ekelerregendes Spielfeld für allerhand Terrormanagement-Aktivitäten der CIA geworden. Da kann man also für einen geringen Dollarbetrag sich als Al-Qaida-Mann festnehmen lassen und wird dann in Gefängnissen versorgt, manchmal auch misshandelt. Solche Dinge passieren da, von der Straße weg. Jemen ist ein Spielball, mit dem man sozusagen alles machen kann, um dem Rest der Welt klarzumachen, Al-Qaida ist ja ganz gefährlich und wir müssen uns permanent im Krieg befinden, damit wir die abwehren können, sonst kommen die ja zu uns. Dass die erst durch unsere Aktivitäten, wie zum Beispiel in Syrien, zu uns kommen, das wird uns garantiert nachher von der ARD nicht berichtet werden. Es handelt sich also um eine ungeriegelte Spielwiese westlicher Geheimdienste, die Regierung ist völlig, völlig außenabhängig. Es gibt überall willkürliche Drohnen, Schläge und schließlich ewige, also perpetuierte Armut und Rückständigkeit. Man möchte natürlich nicht, dass solche Länder sich entwickeln, dann würden sie vielleicht eine solche dreckige Politik nicht mehr mitmachen wollen. Schließlich gucken wir Tunesien an, die Geheimdienstkreise sagen, dass sehr frühzeitig die CIA sich auf Tunesien konzentriert hat, weil sie Tunesien brauchten, um gegen Libyen besser vorgehen zu können, denn sie haben ja sehr richtig vorweggenommen, dass Tunesien sich weit weniger wehren würde, als beispielsweise Gaddafi mit seinen Libyen. Und der Umsturz geschah natürlich mit Unterdrückung von außen. In jedem Land der Welt passieren Selbstmorde. Uns hat man die Geschichte verkauft, ein junger Standverkäufer habe sich angezündet und das habe alle Herzen der Tunesier so erschüttert, dass sie ihren bösen Diktator verjagt hätten. Das ist eine Kindergartengeschichte, denn es gibt gerade in armen Ländern jede Menge Selbstmorde verzweifelter Menschen. Immerzu. Ich weiß nicht, wie hoch diese Rate in Tunesien ist, aber sie ist ja sogar in Deutschland hoch. Und wenn man mit der Bundesbahn fährt, wird immer wieder und das häufiger tut, wird immer wieder häufiger erleben, dass plötzlich der Zug auf der Strecke steht und dann heißt es seien technische Gründe. Diese technischen Gründe haben mit dem plötzlichen Tod eines Selbstmörders zu tun, auf genau dieser Strecke, sehr häufig jedenfalls. und nun haben wir in Tunesien einen klugen, wenn auch korrupten und unterdrückerischen Staatschef, der sich gesagt hat, ich erkenne sofort, hier steckt die CIA dahinter, was nützt es, wenn ich mich jetzt schrecklich wehre, das Beste für mein Volk und vielleicht auch für mich ist, dass ich mich schnell verabschiede und das macht er dann. Dann haben wir einen Umsturz ohne soziale Fortschritte, das haben wir ja in allen diesen Ländern, die von dieser Umsturzwelle bedroht sind, dann dauert die Unterdrückung an, die Islamisierung entzweit die Gesellschaft, sowas findet man vor allen Dingen in Washington gut, denn gerade mit entzweiten Gesellschaften kann man prima arbeiten im eigenen Sinne, inzwischen droht eine Junta-Regierung, dieses Problem werden wir gleich nochmal haben in einem größeren anderen Land. Und schließlich muss man eben klar sagen, die Abhängigkeit vom Westen hat sich natürlich damit erhöht und das ist ja genau das, was wir wollten. Libyen, das war als Modellfall für Syrien geplant, erst Libyen, dann Syrien, hätte sich vielleicht auch nutzen lassen können als Flughafen oder so, 80.000 Tote durch NATO-Bomber, dann haben wir jetzt Tausende, da werden immer so tolle Zahlen genannt, 2.000, 3.000, das ist völlig unerheblich, keiner kann das nachzählen, ja, das sind einfach wahnsinnig viele Leute, der hat vollkommenst durcheinander von Kampfgruppen, Gaddafi wusste, warum er seine Stämme an die Kandale genommen hat, er hätte sonst nämlich einfach gar keinen Ölpreis vernünftig aushandeln können und nun, nachdem er nicht mehr da ist, wird er auch nicht mehr vernünftig ausgehandelt und wem nützt das? Regierungsmitglieder sind ohne Sicherheit, das geht also so weit, da wurde der Geheimdienstchef entführt und auch ein Minister und die Minister müssen sich ihre Milizen, die sie schützen sollen, selber zusammenstellen und dann haben wir sofort eine Finanzierungsfrage und sowas geht selbstverständlich nicht ohne Korruption ab, ja, das ist auch keine Frage, die eigenwilligen Stämme sind inzwischen zerstritten, sind unfähig aus diesem Streit heraus zu finden, das waren sie schon unter Gaddafi, das hat auch seine Herrschaft abgesichert, es gibt eine Einigung nur mit Hilfe von außen, diese Hilfe ist von innen unerwünscht und auch außen hat keine Lust, natürlich Libyen zu helfen, sich besser auf die Beine zu stellen, denn wir sind nur Entwicklungshelfer in eigener Sache, nicht bei den Völkern, bei denen wir solche sogenannte Hilfe angedeihen lassen. Schließlich ist es so, dass der Staat eben richtig ruiniert wird, weil natürlich auch die Öleinnahmen fehlen, die man vorher hatte, in der gewohnten Höhe geht das gar nicht mehr und eine geordnete Entwicklung ist natürlich völlig undenkbar, die guten Kräfte wandern ab, ich habe auch Leute, die ich nach unter Gaddafi kennengelernt habe, die ganz schnell das Land verlassen haben, gut ausgebildet, zum Teil im Westen, einer davon hat in Berlin studiert und mich auch zu Hause besucht. Die Folge ist eben, das Ausland bedient sich und es gibt ständige Eingriffe in die Souveränität von außen und, wie ich mir habe sagen lassen, von Verwandten, die sich bei mir beklagen inzwischen, die Bundeswehr schickt, selbstverständlich hat sie nur vergessen, den Bundestag nicht zu befragen, den Bundestag zu befragen, sie schickt da kleine Kommandos hin, gerne in US-Uniformen, das heißt, die deutschen Soldaten flaggen aus, kriegen einen anderen Aufnäher und andere Uniformen, wenn sie das in Uniform überhaupt machen und nicht nur einen Hilfsausweis kassieren und in zivil agieren. Jedenfalls geht es um lauter kriminelle Dinge, die wir da mit Bundeswehrsoldaten betreiben, im NATO Zusammenspiel, wenn man das so nennen darf. Und die Zukunft ist eben auch chancenlos. Schließlich gucken wir nach Ägypten. Ich glaube, ein relativ entscheidendes Foto war dieses. Wir sehen einen stark zweifelnden chinesischen Führungschef und einen etwas problematisch dreinblickenden ägyptischen. Und genauso war das auch. Washington hat das nicht positiv gefunden, dass Herr Morsi seine erste Auslandsreise gleich zweistöckig einrichtete. Zunächst landete er in Teheran, watschte, wie mit Teheran, mit Washington vereinbart, die teheranische Führung ab und flog dann weiter nach Peking. Und da hat er allerdings nicht mehr mit Ohrfeigen gehantiert, sondern da hat er die Chinesen zu engen Partnern gemacht. Und sowas findet man gar nicht komisch, wenn das zusätzlich zu Japan und Südkorea auch noch im Mittelmeerraum passiert. Und insofern kann man eben auch feststellen, dass das keine glückliche Karriere war. Er hat dann auch noch gesagt, dass bei den Genf zwei Friedensgesprächen, die irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen stattfinden sollen, zum Syrien-Problem eben, dass da der Iran unbedingt teilnehmen müsse. Dieses unbedingt hört man in Washington überhaupt nicht gern. Dass sie teilnehmen müssen, ist Washington klar, aber sagen darf man das nicht. Und dann gibt es den Vier-Punkte-Plan von Morsi, das war eindeutig auch kein US-Papier und schließlich hat er etwas gemacht, was ihm wirklich das Genick gebrochen hat, denn er hatte eine offene Flanke in seinem Umgang mit der Bevölkerung, die sich nicht zur Moslem-Brüderschaft zählte. Wie sowas passiert, kann man leicht nachvollziehen, denn er war ja von Anfang an bedroht. Er musste sich ja erst mal gegen eine regierende, amerikafreundliche Militärrunde durchsetzen, bis er überhaupt Präsident werden konnte. Und dann hat er die Schrauben zu hart angezogen, das kann man verstehen, weil ja die Moslem-Brüderschaft eine Art Folterkeller-Politkarriere hat. Diese Bewegung ist dermaßen hart unterdrückt worden, seit Beginn ihrer Existenz, das kann man sich kaum vorstellen, die Geduld, die die auch gezeigt haben. Und dann, als sie plötzlich Morgenluft witterten, haben sie natürlich den Bogen überdreht und es half nichts. Viele Wohlmeinende haben ihm gesagt, du bist Präsident aller Ägypter, nicht Präsident der Moslem-Brüderschaft und er hat es nicht umgesetzt. Jetzt hat also eine neue Runter, wieder natürlich strikt amerikafreundlich, alle hochrangigen Offiziere, das ist auch wie in Deutschland, in Ägypten, sind amerikanisch ausgebildet, haben irgendwann irgendwelche tollen Kurse in den USA gehabt. Man hat sie da spätestens sehr gut kennengelernt und wer solche Kurse nicht in den USA macht, kann in seinem Heimatland keine Karriere machen. Und in Ägypten, wo es bald in pakistanische Verhältnisse übergeht, muss man dazu sagen, dass ja die Armee immer stärker sich wirtschaftlich engagiert in Firmen, in Unternehmen. Und solche Karrieren gehen natürlich nur, wenn man absolut linientreu ist. Das ist auch wie in Deutschland. Da massakrieren sie 150 Afghanen und dann werden sie befördert und das ist eine super Sache. Professionell gestützter PR-Personenkult um den General Al-Sisi, den ja erst Mosi auf diesen hohen Posten gesetzt hatte, der wird dem Al-Sisi auch nicht helfen. Der neueste Stand von heute ist, dass sie jetzt dabei sind, die Moslembrüderschaft gerichtlich zu verbieten. Das ist natürlich ganz toll und ich vergleiche das mal damit, dass man versuchen wollte, ich will mal sagen, die SPD und die Grünen in Deutschland gerichtlich zu verbieten. Ungefähr so demokratisch und sinnvoll ist das. Sinnvoll, darüber kann man noch streiten in Deutschland. Und die US-Kritik an diesen Dingen ist nur halbherzig. Ich komme heute nicht mehr aus diesem Tonfall raus. Der Westen setzt in Syrien aufs Chaos. Also die 200.000 Tote, da bin ich mir mit der Oppositionsbewegung einig, dass wir die offiziellen Totenzahlen wahrscheinlich verdoppeln müssen. Die Chemiewaffenvernichtung ging im Oktober nach Plan und im November tauchten plötzlich neue Sprachregelungen auf, weil von einer neuen Realität kann nicht die Rede sein. Syrien sei nicht zu trauen, es gebe geheime Bestände, die Syrien zurückhalte und nicht angeben und auch nicht vernichten wolle. Selbstverständlich, wir sind einfach die stärkste Militärmacht, NATO, Washington, da brauchen wir keine Belege, wir sagen immer die Wahrheit. Denen ist also nicht zu trauen, die haben geheime Bestände. Und wenn jemals die USA da einen wirklich grandiosen Fundort hinlegen, dann mache ich einen anderen Job. Jedenfalls, das ist ja auch nicht Putin, Putin sagt, ich finde was. Aber Genf zwei Friedensgespräche, Assad bereinigt inzwischen die Schlachtfelder und die Söldner verlieren. Der geht also sozusagen mit einer geputzten Platte, um das mal ganz zynisch, lanzermäßig zu formulieren, in solche Verhandlungen. Was macht er da? Er hat viele aufständische Nester einfach leben lassen, auch um der Bevölkerung zu zeigen, wie das Zusammenleben mit solchen Kräften gehen könnte. Und man kann nur sagen, das syrische Volk ist nicht sonderlich beglückt. Als ich vor anderthalb Jahren in Syrien war, habe ich festgestellt, dass viele Assad-Unterstützer auch nicht besonders glücklich mit Assad sind. Aber sie haben etwas gesagt, was ich für sehr stichhaltig halte, der ist immer noch besser als an alle Alternativen, die wir kennen oder uns vorstellen können. Und das hat ihn an der Macht gehalten, zusammen eben mit dem schlechten Benehmen der militärischen Opposition. Und dann haben wir das Problem, dass ja so Exil-Politiker in Istanbul oder sowas sich plötzlich ohne militärische Macht wiederfinden, weil ihnen in Syrien die Kampfgruppen weglaufen und schließen sich den radikalen Sunniten an. Peinlich, peinlich. Wir haben also hier ein fast wertloses Mandat der politischen Opposition, die dann in Genf aber diese Genf-2-Gespräche führen soll. Und da kann ich mich nur fragen, warum lassen die USA das zu, dass das passiert? Sie und ihre Freunde bestimmen doch mit ihren Waffenlieferungen, wie das Ganze davon statten gehen soll. Sie hätten es also in der Hand. Aber so ist es eben, ihr Lieben, Sie haben es in der Hand und so läuft es. Und also ist es offenbar Absicht. Und das heißt, Genf-2 ist praktisch sinnlos, wenn die Verhandlung startet. Denn niemand ist da, um das umzusetzen. Und dieses Verfahren kennen wir von Oslo. Und schließlich muss man eben sagen, das Terrormanagement, ich hatte das kurz angedeutet, ist da auf dem Vormarsch. Und aus vielen westlichen Ländern reisen mühsam herangezüchtete Terrorfreunde nach Syrien und lassen sich ausbilden im Gebrauch von so wichtigen Hausputzmitteln wie Panzerfäuste oder Bomben oder so etwas. Und das wird dazu führen, dass wir in einigen Jahren ganz neue Realitäten in NATO-Ländern und anderswo bekommen. Die Innenminister sind im Geschäft. Schließlich also Iran. Es ist soeben herausgekommen, soeben heißt also 20 Minuten vor Beginn meines Vortrags, dass eine mögliche Einigung in Genf heute auf keinen Fall mehr stattfindet, dass ganz sicher Kerry landen wird oder jetzt gerade gelandet ist. Lavrov ist schon da. Alle anderen treffen sich da auch. Man rechnet und hofft jetzt immer noch mit so Vorsichtsformulierungen, dass es morgen, also man hat es schon mal verlängert, eine Einigung geben wird in Genf über das iranische Atomprogramm. Aber wir haben auch Äußerungen, die tatsächlich zu zweifeln Anlass geben, weil der Iran immer noch steif und fest sagt, wir verzichten nicht auf die zivile Nutzung der Atomkraft. Als Umweltschützer halte ich das für einen Wahnsinn. Wir hatten unseren wunderbaren Holgerstrom. Aber wenn die Amerikaner dem Iran die Atomkraft tatsächlich wegnehmen könnten, dann würde wahrscheinlich die finanzielle Folge furchtbar sein, denn der Iran hat eine Strategie gefahren, die so aussieht, wir verkaufen für teuer Geld unser Öl und Gas. Iran ist ja immerhin der zweitgrößte Gasproduzent nach Russland. Und wir versorgen uns energiemäßig selbst mit unseren Atomkraftwerken und wenn Sie diese Gleichung nach zig Milliarden Investitionen, mehreren zerbombten und totgeschossenen Atomwissenschaftlern und vielen blutigen Erfahrungen aufgrund dieses Programms, wenn Sie das dann plötzlich knicken, dann steht das Land letztlich ohne Dach. Und das macht natürlich die iranische Politik nicht und deswegen habe ich immer formuliert, es geht im Iran gar nicht um das Atomprogramm. Wenn die Kameras an allen Orten laufen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, gibt es keine Atombombe. Ist gar nicht möglich. So, wenn man das aber weiß, braucht man schon im Westen die berühmte und satzsam bekannte Medienmacht, um eine andere Wahrheit aufscheinen zu lassen, die eben leider auch durch vielfache Wiederholung keine wird. Der Iran baut nicht nur keine Bombe, er will sie auch gar nicht bauen und er hat eine offizielle Fatwa dagegen, einen religiösen Bandspruch des obersten Revolutionsführers Ali Khamenei, sie dürfen auch gar keine Bombe bauen. So, das ist eine ganz, ganz klare Lage. Und wenn wir was anderes behaupten, dann machen wir das nur aus einem Grund. Wir wollen ganz klar sicherstellen, dass der Iran in genau dies Loch fällt. Wir gucken jahrelang zu. Die CIA hilft jahrelang nach, dass auch die pakistanischen Einkäufer für das iranische Atomprogramm von dem berühmten Papa der pakistanischen Atombombe Khan in den USA alle notwendigen Teile kaufen können. Und sollten die dummen Brüder vom FBI etwas zu früh an den Verhandlungsorten oder in den Hotelzimmern aufscheinen, dann würden wir von der CIA, und das ist oft, oft vorgekommen, die Einkäufer von Herrn Khan warnen und auch notfalls eine Stunde, bevor das FBI den Flieger stoppen kann, die Leute außer Landes schaffen. Und zwar mit den gekauften Teilen. Das ist alles vorgefallen. Das ist sattelfest belegt. Und so hat man den Iran über Jahrzehnte. Seit 1975 sind die USA voll im Bilde, was Pakistan macht, an wen es verkauft, wer kauft, wer kauft was. Die kennen jedes Fax und alle Kommunikation. Und trotzdem behaupten sie plötzlich 2003, sie hätten jetzt den Iran beim Bau einer Bombe erwischt. Absoluter Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Tatsächlich hat der Iran bis dahin auch eine Bombenbaumöglichkeit verfolgt, was er jetzt nicht mehr tut. Und dann hat er aus Angst natürlich, war ja gerade der Nachbar Irak überfallen, wurde gesagt, ups, wir hören jetzt mit diesem Kram auf und jawohl, jetzt kommen die Kameras und wir nehmen dieses Atomprogramm und machen das richtig weiter. Und seitdem tun die das, seit zehn Jahren. Und heute verhandeln wir und schreien von Krieg und fragen uns, ob die da eine Bombe bauen. So geht es überhaupt nicht. Und da geht es darum, dass man einfach dem Iran seine wirtschaftliche Entwicklung verunmöglichen will. Das ist für mich eine wirtschaftspolitische No-Fly-Zone. So sehe ich das. Eine Verbotszone für wirtschaftliche Entwicklung. Und die 86 Stützpunkte rund um den Iran, die sind da, wie gesagt, ich habe heute kein Zielwasser getrunken mit dem Teil, die sind auch noch da. Auch wenn jetzt in Genf eine Einigung ist, der Druck bleibt da. Vielleicht findet auch der Krieg unterm Tisch weiterhin statt gegen den Iran an X Punkten. Ich ziehe ein bisschen an, damit wir zum Ende kommen. Jedenfalls müssen die geschwächten USA Kosten sparen. Das kann sie an den Verhandlungstisch zwingen. Wenn sie aber versuchen sollten, genau die Ziele am Verhandlungstisch zu erreichen, für die sie eigentlich Krieg führen müssten, wird das wahrscheinlich schief gehen und morgen ist der Tag der Entscheidung, glaube ich. Und natürlich weiß man nicht, wer hat wann, wo, wie viel entgegenkommen gezeigt, denn so wenig sachlich waren, glaube ich, noch nie Verhandlungen. Wir erfahren praktisch nichts von dem, über das da geredet wird. Unsere Medien gucken wir zum Schluss nochmal an in der Auswertung. Das sind die sechs großen Konzerne, die weltweit das Mediengeschehen für sie aufbereiten, damit sie gar nichts mehr verstehen und auch möglichst wenig wissen. Rechts unten in der Ecke ist der Bertelsmann Verlag, der macht da auch mit. Und dann gucken wir in die Mörderlügen. Über drei Millionen tote Muslime gab es in den letzten 25 Jahren mit indirekter oder direkter Beteiligung der USA. Das ist eine ganz vorsichtige Annahme. Und wir sehen da ein paar Leute, die daran mitwirken, dass das mehr werden. Jeden Tag. Und ich sehe nicht, dass das diese Truppe erkennbar stresst. Und dann schauen wir uns an, was denn eigentlich der arabische Frühling, dieses ekelhafte Wort, was das bisher gekostet hat. Etwa 350.000 Tote und sieben Millionen Flüchtlinge, vier Millionen allein in Syrien. Das ist die Lage. Und dieses komische Röschen, das wir da sehen, das erinnert mich so ein bisschen an diese, wie soll man sagen, Manufakturaufstände. Da ging es auch immer in den Designs um Rosen. Es gibt tolle Leute, die haben das alles untersucht. Die finanzielle Schieflage der USA, der NATO und der EU ist eben keine Garantie für weniger Aggressivität. Vielleicht sogar, das hat mich vielfach nicht schlafen lassen in den letzten zwei Jahren, vielleicht sogar eher das Gegenteil. Die USA und die NATO verlieren auch zunehmend ihre Gestaltungsmacht, dass man wie Weiland, Großbritannien in Indien einfällt. Und auf dem Gesetzeswege wird die Indian Company das mächtigste Gestaltungstool auf diesem Subkontinent. Das ist lang vorbei. Solche Dinge machen wir nicht mehr westlicherseits. Es gibt Söldnereinsätze, es gibt gemanagte Staatszersetzungen, das ist es. Und die Gegenwirkung, die ist eben wichtig. Internationale Vernetzung, international. Es reicht nicht, dass man das im einen Land macht. Und Solidarität, Medienarbeit, Aufbau starker und geschlossener Organisationen. Das, was hier passiert, ist grundlegend wichtig, wenn Bevölkerungen eines Tages eine Chance haben wollen, gegen diese Ekelmechanismen anzutreten. Und das Eindringen in die offizielle Politik muss regelrecht geübt werden. Denn es hat sich herausgestellt, am eigenen blutigen Beispiel kann ich das sagen, dass das nicht leicht fällt. Guter Wille ist kein Garant für gutes Gelingen. Manchmal ist es das Gegenteil. Und immer müssen wir wissen, das Finanz- und Geldsystem ist ein Schlüsselfaktor. Wenn der Spitzenkandidat der SPD, Peer Steinbrück, pro Vortrag 15.000 Euro bekommt, vermisse ich die Medienberichterstattung darüber, dass Schröder nur deshalb, weil er am letzten Amtstag die U-Boot-Lieferung mit deutschen Steuergeldern bezahlt an Israel unterschrieben hat, am letzten Amtstag bekommt er pro Vortrag 50 bis 100.000 Euro. Das ist die Lage. Und Kontraktvergeber ist eine von einem früheren radikal-zionistischen Mann geleitete Redneragentur in New York, die auch so Kleinigkeiten wie Bill Clinton unter Vertrag hat. Der kriegt allerdings 200.000 oder 300.000 Dollar, steht in der New York Times. Das ist die Realität. Und wenn man nicht versteht, dass für eine solche Rednerrente, eine solche vergoldete Rentenzeit Politiker offenbar zu manchem bereit sind, hat Politik nicht verstanden. Wir gucken an Lösungsansätze. Wo könnten die stehen? Das Ende aggressiver Außenpolitik geht nur mit einer politischen Umwälzung. Das werden wir anders nicht hinkriegen. Das ist einigermaßen klar. Die Art, wie wir mit Staaten umgehen, immer zu schauen, wie wir sie besser unterdrücken können mit unserer großen Militärmacht. Das muss einfach wirklich aus dem Amt geprügelt werden. Das hilft nichts. Und zwar ausschließlich mit allen legalen Mitteln. Das ist ganz wichtig, das dazu zu sagen. Wir wollen diese Politiker in Rente schicken. Wir wollen nicht Rache an ihnen üben. Es muss uns klar sein, dass eine politische Umwälzung von unten nach oben stattfindet. Übrigens nicht von unten gegen oben. Nach oben. Nach oben. Ein paar von den Oberen werden wir da mitnehmen und die werden sich freuen, wenn sie da mitmachen können. Das sollten wir auch im Kopf behalten. Dann ist es klar, dass das nur gelingen kann, sachlich und menschlich, wenn wir uns ethisch ausrichten. Wenn wir etwas anderes machen wollen, muss es anders sein. Vom ersten Tag an. Von der ersten Minute an. In jedem Handgriff. Ivo Sasek nickt. Ich glaube, alle nicken. Und ich glaube, wir verstehen alle, das passiert hier. Das passiert hier. Und das ist wichtig. Lassen Sie nicht davon. Es ist wichtig. Und es ist nur international gemeinsam durchsetzbar. Gerade auch von Anfang an in der Europäischen Union. In Deutschland haben wir jetzt am 3. Oktober formell die Deutsche Mitte gegründet. Das war mein zweiter Anlauf. Und der wird ganz anders. Das ist gut so. Und wir haben in der Schweiz hier und in Österreich schon genügend Interessenten, auch in anderen Ländern, um Anfangsorganisationen aufzubauen. Und das ist gut so. Es geht gar nicht darum, dass man zunächst der tollste Politiker wird oder dass man sofort 10.000 Menschen sammelt, sondern dass man sich auf die wenigen, die sich treffen, gut verlassen kann. Dass man sich kennt und dass man weiß, wohin man gemeinsam möchte. Das wird entscheidend sein für den Erfolg. Dieses Bild zeigt Berlin 1945. Die historische Erfahrung zeigt, dass grundsätzlich neue Lösungswege nur kommen nach einem Zusammenbruch. Und die Frage an jeden Bürger, nicht nur an die über 2.000, die hier sind, sondern an jeden Bürger ist, wollen wir es wirklich durch Untätigkeit, durch Nachlässigkeit, durch Bequemlichkeit, durch Desinteresse, durch falsche Hoffnungen, durch dummes Entertainment verpassen, das vorher zu schaffen. Darum, nur darum, ihr Lieben, geht's. Vielen Dank. Applaus 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 Herzlichen Dank. Applaus Wunderbar. Applaus Danke. Applaus Da geht's wieder hoch, ja. Applaus Wahnsinn, Wahnsinn. Applaus Ich habe Sie zum ersten Mal gehört und was mir berichtet wurde, es hat das überstiegen, ja, es hat gestrosst vor Kompetenz. Sie haben wieder schlecht über mich geredet. Ja. Nein, nein, ich habe nur Gutes gehört jetzt von denen, die Sie empfohlen haben, aber meine Sorge war, was ist mit den neun Übersetzern dahinten, oder? Die neun Sprachen. Ich denke, da müssen wir dann nochmal drüber. Das ging so schnell, diese Fachausdrücke. Ich könnte mir vorstellen, dass die Geschwister aus dem Ausland dahinter, die Menschen vom Ausland, dass die ein Problem hatten bei verschiedenen Vorträgen. Also habt bitte Geduld, wir werden das übersetzen, wir werden das noch bereinigen, was vielleicht nicht Schritt halten konnte. Also dass ihr das wisst, wenn heute vielleicht nicht alles so rübergekommen ist in den Fremdsprachen. Ich sage schon mal herzlichen Dank an die Betreffenden. Vielen Dank. Ich habe es nämlich tatsächlich vergessen. Ich hatte mir eigentlich gestern vorgenommen, wegen der Übersetzer langsam zu reden und heute war ich sozusagen gut gehüllt auf dem Wege. Gut, aber vielen Dank jedenfalls. Ja. Also ein Gedanke möchte ich an dieser Stelle doch einfügen noch. Jetzt haben wir viel vom großen Bruder gehört, ja. Das war eigentlich der Schwerpunkt. Und ich kann das einfach nicht verkneifen, versteht ihr? Die Frage, wie wird mit dem großen Bruder fertig, ja? Soll das die kleine Schwester erledigen? Der kleine Bruder? Ich glaube, das wird der große Bruder alleine machen. Hauptsächlich. Denn da sind tolle Leute unterwegs. Genau. Da sind tolle Leute unterwegs in Amerika, die längst wissen, dass sie von den beiden Parteien nichts und gar nichts zu erwarten haben und dass dieses AB-Spiel einfach ein Nullsummenspiel ist. Ja. Fertig. Und Amerika wird sich selbst befreien. Die haben Mumm. Und wir können gerne helfen und gute Wünsche und Gebete hinschicken und wir können auch Leute hinschicken und auch ein bisschen mithelfen. Aber im Wesentlichen wird es Amerika selbst schaffen müssen. Niemand nimmt es den Amerikanern ab und soll auch gar nicht. Denn nur die Selbstbefreiung ist die Befreiung, nicht wahr? Genau. Das möge so geschehen, ja. Ja. Ich darf hier erwähnen, dass es ziemlich viele auch Prophetien gibt, die genau das sagen. Sie werden am Schluss auf sich selber losgehen. Aber ich möchte hier noch eine kleine Ergänzung einfügen als Vater von elf Kindern. Ich sage immer wieder, ich bin Frau, habe ich ein Vater, der für den grossen Bruder schaut. Wenn er die Kleinen plagt, wenn irgend so etwas vorkommt, gibt es noch einen Vater im Haus. Auf den zählen wir und schauen, dass er das in die Gänge bringt, dass das nachher erledigt wird, ja. Weil hier haben wir es mit echt grossen Dimensionen zu tun. Nochmals ganz lieben Dank. Es war hochspannend. Vielen Dank an alle. Es war gut, hier zu sein.